Hey meine Freunde, der Unvernunft, willkommen bei unserem aller aller ersten ASMR, Acoustic-Shit mit Raumklang. Stellt euch vor, wie ein kleiner dicker Junge auf 1,20m und 170kg diesen Proteinriegel vertilgt. Und jetzt stellt euch vor, wie ihr die ganze Verpackung mit isst. Und das klingt in etwa so. Genau, man hört nichts. Das ist Acoustic-Shit mit Raumklang. Ihr seid am Powerlift, ne? Guckt nach links und seht wie jemand... ...das Gewicht draufballert. Und die Klemme benutzt. Dann beim weiteren Hinschauen. Seht ihr? Das ist doch die Mandy. Aber die Mandy ist ein Manfred. Acoustic-Shit mit Raumklang. Wer bekommt denn da nicht Bock, nachts in ein Haus einzubrechen? Sich in den Raum zu stellen, wo jemand schläft? Und zu sagen, dein Schädel eingeschlagen sieht gut aus. Acoustic-Shit mit Raumklang. Derjenige wacht dann auf und ihr guckt ihn einfach nur an. Acoustic-Shit mit Raumklang. Er fragt euch, was machst du hier? Und du sagst, schlaf weiter. Acoustic-Shit mit Raumklang. Ihr wollt einfach mal entspannen. Dann nehmt eine Blackroll. Acoustic-Shit mit Raumklang. Acoustic-Shit mit Raumklang. Ganz wichtig ist es im Gym. Desinfizieren. Acoustic-Shit mit Raumklang. Acoustic-Shit mit Raumklang. Jetzt für die ganz harten Powerlifter unter euch. Na, wer verachtet sie nicht? Die Handschuh-Träger. Ich trage auch Handschuhe. Hört sie an. Hört es euch an. Akustik-Shit. Mit Raumklang. Ich frage mich mittlerweile. Wie behindert eigentlich die Leute sind. Und sich so eine Scheiße angucken, was über 20 Minuten gestreckt wird. Und dann ist es mir eingefallen. Es sind nur Frauen, die das machen. Mit einem schönen V-Ausschnitt. Die sich selber reduzieren auf ihr Äußeres. Akustik-Shit. Mit Raumklang. Was müssen das denn erst für Vollversager sein, die sich den Scheiß anschauen? So wie du einer bist. Lasst ein Abo da. Euer Flex. Akustik-Shit. Mit Raumklang.